Hallo an meinem Basteltisch. Ja, jetzt gibt es noch den Flip zu diesem Junk Journal aus dem alten Kalender. In dem letzten Teil hatte ich euch ja gezeigt, wie ich hier vorne diese Tasche gemacht habe. Da ist jetzt noch diese Karte drin vom Würfel Weekend mit diesen kleinen Überraschungszellen, die dann rauskommen. Ja, ansonsten der Umschlag. Da ist jetzt auch noch so ein kleines Stück Papier hier drauf. Da ist nur ein bisschen von mir drauf gestempelt. So und gegenüber dem zweiten Teil, da habe ich hier die Bordüren ein bisschen noch eingefärbt. Vielleicht sieht ihr das. Da ist ein bisschen schwarz drauf und ein bisschen Kupfer noch mehr. Hat mir jetzt besser gefallen und ich habe auch hinten das noch ein bisschen verändert. War ja bloß dunkelbraun und sehr rau eigentlich und jetzt ist da so ein Wachspolisch drauf. Schimmert es ein bisschen. Ja, Papiere sind ja von La Blanche aus verschiedenen Sets. So Reste und so was alt habe ich verarbeitet. Also seht ihr ja hier ab und zu so ein Cut drin. Aber ich finde das ist halt in Ordnung und diese Die Cuts sind da mit bei. Ja, hier ist als erstes schon mal eine Tasche. Da ist eine von den Karten da drin. Und dann jetzt hier weiter. Eben mal das komplette Blatt. Und hier haben wir auch noch mal eine Tasche, wo auch so eine zweite Karte drin ist. Die sind auch eigentlich ein schön groß. Die Taschen können eigentlich noch viel mehr drin. So, dann kommt hier das Mädchen. Und hier geht schon das los, dass ich wirklich Kalendersachen gelassen habe, sodass man wirklich was drin schreiben kann. Die eigentlichen Kalenderdaten, weil die ja alt waren, habe ich überdeckt. Mit diesem Stück Papier und dem hier oben. Dann haben wir hier wieder eine Karte. Das ist ja eine Tasche. Man kann da noch viel mehr drin machen. Und das Papier zieht sich dann um die Ecke rum und ist hier mit drüber geklebt. Dann haben wir ein Stück Kaffee gefärbtes Papier drüber geklebt. Mit ein bisschen Ausstattung und schabloniert. Und dann kommt hier schon das erste Mal diese Collage, die ich da gemacht habe. Auf den Papieren, wo ich das alt aufgeklebt habe. Die ganzen Restteile und die umnäht. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht, obwohl es ganz schön lange gedauert hat. Aber ich werde das noch ein bisschen öfter machen, glaube ich, weil ich habe immer noch genug von den Teilen. So ist das eben. Wenn man ganz viel zuschneidet, hat man sowas. Ja, dann jetzt hier weiter. Auf der Seite ist natürlich, da das Blatt vom Kalender ziemlich dünn war, ein Kaffee gefärbtes Papier aufgekommen. Und diese Teile hier, die sind auch so aufgeklebt immer später, dass man da was hinter stecken kann. So, dann wieder hier Kalender und bisschen schabloniert und eine Tasche wieder, wie die anderen auch. Dann jetzt hier weiter und hier ist auch wieder so ein Stück aufgeklebt. Auch als Tasche. Man kann da jederzeit was hinmachen. So, dann habe ich hier, weil ich dachte, das passt eigentlich farblich an Zut, von meinen EcoDelling Papierenwäschern geklebt. Ja, einfach so. Und das ist doppelseitig. Hups, jetzt muss ich mal, das geht hier ein bisschen raus. Ähm, ne, das habe ich dann auch so gemacht. Über den alten Kalenderteil ist das einfach drübergeklebt. Und ja, damit ist das hier einfach mal verwertet. So, die Rückseite, äh, ist jetzt farblich wahrscheinlich, ja, passt nicht ganz, aber ich fand es trotzdem gut, weil das sind wirklich original von diesen Poolen Papieren, die ich gemacht hatte. Hier ist also keine Kopie, sondern das ist ein Original. Und hier ist auch wieder dieses Teil aufgeklebt als Tasche, dass ich was aufhinterpacken kann, ne. Hier so, ne. Könnte auch da mit hintergesteckt werden. Hier jetzt wieder weiter. Ein bisschen was zum Schreiben. Die Tasche. Und nächstes Papier. Und hier haben wir genau dasselbe wie bei dem anderen Ding auch. Hochkaffee färbt. Und hier ist hoch wieder Platz zum weiterhintermachen. Dann kommt die nächste Collage. Ja, die sind natürlich auch alle verschieden, weil ja die Blätter alle verschieden sind, die ich da rufenäht habe. Und wieder abgedeckt mit kaffeefärbtem Papier. Und dann sind so ein bisschen diese Cutouts dahin gemacht. Und dann haben wir wieder das Teil, wo man was beschreiben kann oder noch was drin stecken kann. Und das nächste Blatt Papier. Und dann kommt hier wieder diese, vom Eco da hängen, diese Papiere. Das ist wieder genauso hingeklebt, ne. Man kann das ganze große hier ausklappen und hat aber auch Platz zum Schreiben. Das war diesmal auch so, wo ich dachte, gut, okay, machst du mal sowas. Dann kommt hier wieder auch ein Poolen Papier, ne. Ist auch wieder ein Original. Und auch hier wieder Platz, um hier was hinzu zu stecken. So. Nächster Teil. Ja, von den Karten waren dann nicht mehr genug da, aber Restpapiere, ne. Papierverwertung ist das alles. So. Hoch wieder das ganze Papier auf die andere Seite rumgeklebt. Und dann haben wir hier wieder eine Note selbe. Seht ihr ja. Da kommt die Collage wieder. Und ja, man merkt das, vom Nähen hier immer durch. Aber ist halt so. Sind natürlich relativ dünne Blätter, ne. Die so ein Kalender hat hier. Da hab ich ja einen Haufen rausgenommen. Und hier ist dann wieder eine von den Karten in der Tasche drin. Und hier haben wir wieder die Rückseite von dem Papier. Und dann geht es hier auch wieder mit dem Geht gut da hin weiter. Moment. So. Aber die hatte ich ja, glaub ich, schon mal gezeigt. Ne. Das sind aber auch wirklich Kopien dann. Jetzt hier in dem Moment. Weil das Papier, was ich benutzt habe, wäre zu dick gewesen, um das hier hinzupacken. Also das ist, das war ja irgendwie 160 Gramm oder sowas. Das hätte den Kalender jetzt hier viel zu dick gemacht. So. Hier haben wir auch wieder ein Pugeln Papier. Ist auch eins von den dünnen, ne. Und hier ist genau das selbe, ne. Ich kann hier wieder was runter schieben. Hier haben wir wieder eine Karte. Und Kaffee gefärbtet Papier. Und ist natürlich die Collage wieder dahinter. Mit dem genähten Papier. Und hier ist auch wieder das selbe neu. Ich kann hier was hinterschieben. Und hier haben wir das selbe auch wieder. Papier aufgeklebt. Und wieder so ein Stück von dem Ecodein. Ne. Ja. So. Also habe ich die auch mal wirklich verwendet. Und nicht immer nur alles in der Schublade. Und hier haben wir dann auch nochmal ein richtiges Stück vom Pugeln. Wo diesmal auch wieder genau das selbe ist wie eine Tasche. Und dann kann ich es dahinter machen. Also es ist schon irgendwie sehr absehbar alles. Hier ist übrigens richtig Kupfer drin, ne. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also es schimmert richtig schön, oder? Ja. Und dann letztes Restpapier. Und hier hinten haben wir noch mal eh eine große Tasche. Wo hier auch nochmal eine Karte drin ist. So. Ja. Und die Reste zusammenklebt. Hier ist mir dann hinterher erst aufgefallen, dass ich das hätte natürlich auch schön als Tasche aufkleben können hier. Aber ich denke mal das ganze Ding ist eigentlich dick genug. Ja. Das war's jetzt. So sieht das Teil jetzt aus. Und ist damit auch fertig. Freue ich mich, weil der Kalender ist weg. So. Gut. Das war's. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.